Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema Fotografieren am Eibsee, also worauf achte ich beim Fotografieren am Eibsee und was ist mir auch in der Postproduktion wichtig, wenn ich die Bilder zuschneide, wenn ich Videos bearbeite. Heute geht es eher um das Thema Bilder bearbeiten und Bilder aufnehmen, also worauf achte ich dabei sozusagen, was ist vielleicht interessant am Eibsee und was kannst du lassen, wenn du dorthin fährst. Das alles besprechen wir jetzt in diesem Video, ich würde sagen, wir fangen sofort an. Abgefragt hatte ich über Instagram, was ihr euch gern wünscht in Zukunft und ihr hattet mir unter anderem geschrieben, dass ihr gern zu meinen vielen Eibsee-Bildern gern mal ein kleines Review sehen wollt, also wie mache ich das Ganze, wie nehme ich das auf, wie bearbeite ich das Ganze und wir gehen gleich rüber zum Rechner. Ich starte gleich die Bildschirmaufnahme, da könnt ihr das Ganze auch selbst mit nachverfolgen und am Rechner selbst nachbasteln zu Hause. Aber bevor wir anfangen, ist mir wichtig nochmal zu erwähnen, dass das meine Art der Fotografie ist, das muss per se nicht richtig oder falsch sein, sondern das ist eher meine Art und wie ich mir das Ganze ein bisschen ja gut herleite und der Meinung bin, das sieht gut auf einem Foto aus. Alles, was du dafür brauchst, ist natürlich eine Kamera, ein Objektiv, du kannst auch dein Smartphone dafür nehmen, grundsätzlich sind erstmal fast alle Kameras und Techniken dafür geeignet. Ich selbst nutze dafür in der Regel die Sony, die mich gerade auch filmt, die Sony A7R5. Das spielt aber erstmal keine Rolle. Kannst du das mit einer älteren Spiegellosen- oder Spiegelreflexkamera aufnehmen? Ja, natürlich. Kannst du das mit einem älteren Objektivsystem aufnehmen? Ja, natürlich. Ich habe das Ganze aufgenommen mit dem 12-24mm von Sony, teilweise auch mit dem 24mm Festbrennweitenobjektiv oder dem 24-105. Dazu habe ich schon ein Review gemacht, also zum 24er, zum 24-105 noch nicht. Und das 12-24er setze ich vor allen Dingen gern am Eibsee ein, weil du dort wunderbar auch die Weite zeigen kannst. Und das ist Schwierigkeit und Möglichkeit zugleich. Warum? Schauen wir jetzt mal auf den Fotos an. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Rechner und ich starte die Bildschirmaufnahme. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier meine komplette Bibliothek von den diesjährigen Eibsee-Fotos. Da sind auch noch einige andere dabei. Aber im Großen und Ganzen ist es das, was im Sommer hier entstanden ist. Und ich möchte nochmal bewusst auf die Fotos eingehen, die ich besonders weitwinklig fotografiert habe, weil, ich habe es vorhin gesagt, die Probleme bestehen, dass du, wenn du Pech hast, zu viel drauf isst. Und zu viel zeigen ist immer schlecht fürs Bild. Weil im Sinne von, du kannst zeigen, worauf der Fokus liegt in dem Bild, wird dann eben nicht gezeigt. Also gehen wir mal hier rein und schauen uns gleich mal dieses Bild an. Und zwar ist dieses Bild am Anfang des Eibsees entstanden. Und zwar, wenn du zum Eibsee läufst, vom Parkplatz, rechts davon, wo auch die kleine Brücke ist. Und dort hast du dann rechts den See, der sich dort ein bisschen ausspart. Und da hast du dann schon die Möglichkeit, die ersten Fotos zu machen. Links davon ist dann das Hotel. Und rechts seht ihr, wie gesagt, dann den See, der hier den kleinen Ausläufer hat. Und das ist recht gut hier. Ich zeige mal dieses Bild. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und zwar haben wir hier, ich drehe das gleich ein bisschen heller, so. Hier haben wir sozusagen den Eibsee drauf. Und jetzt wollte ich gerade sagen, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich finde es gerade recht gut. Also nicht schlecht. Aber wir schneiden das mal eben zu auf das Instagram-Format 4x5. Und jetzt haben wir hier eins. Und zwar ein Foto, wo du fast nur See drauf hast. Also nur Wasser. Okay, das Wasser sieht wirklich gut aus, weil es zum einen ruhig liegt. Und zum anderen, du bis auf den Grund runterschauen kannst. Das ist richtig cool. Und das sieht jetzt auf den ersten Moment sehr schön aus. Aber hier unten, ja, das könnte auch Geröll sein. Und das ist jetzt nichts, was unbedingt so super ansprechend aussieht. Sondern eher, ja, jetzt das Foto nicht unbedingt besser macht. Besser wäre es, wenn jetzt hier vorne ein Baumstamm liegen würde. Hier in diesem Bereich ein Baumstamm, wo deine größere Felsen aus dem Wasser heraus schaut. Sodass du in den Vordergrund etwas einbauen kannst. Jetzt haben wir hier aber nichts, außer eben eine ganze Menge Wasser, was sich spiegelt. Und eine ganze Menge Himmel. Und dazwischen sozusagen dort diesen dünnen Streifen Wald. Ich gehe wieder raus. Also das wollen wir eigentlich nicht. Sondern was wir wollen, das ist, wir gehen mal weiter runter. Ich zeige das anhand des Frillensees. Der liegt ja auch am Eibs hier. Und daran lässt sich sehr gut zeigen, was ich meine. Jetzt muss ich den nur finden. Äh, hier. Genau, dieses Bild meinte ich. So. Nicht optimal getroffen, weil wir rechts ein bisschen mehr vom Frillensee drauf bekommen könnten. Schauen wir mal, ob wir das hier noch haben. Naja, nicht wirklich. Okay, wir nehmen das. Und gehen auf das Entwickeln-Modul. Und hier sehen wir schon, hier ist eine ganze Menge drauf. Ja, auf dem Foto. Also wir haben sehr viel Anteil am Himmel. Sehr viel Vordergrund mit Steinenanteil. Aber hier ist es besser verteilt. Ihr seht, dass ungefähr zwei Drittel ist mit Landschaft. Der Rest ist Himmel. Das ist okay. Als erstes gehe ich hier rein in das Zuschneiden. Gleich wieder 4x5 Format. Für das Instagram-Format oder Social-Media-Format. Ist egal. Und wenn wir jetzt zuschneiden, müssen wir uns überlegen, für welche Bildsprache wir uns entscheiden. Schneide ich es sehr weit unten zu, sozusagen so, dann ist nicht nur die Bildsprache der Frillensee, sondern vor allen Dingen auch die Steine am Frillensee. Frillensee, das wäre sozusagen meine Unterschrift unter dem Bild, über dem Bild. Und das möchte ich aber nicht. Ich möchte den See oder das Wassermeer in den Mittelpunkt stellen. Also, jetzt ist ein bisschen nach meinem Geschmack entschieden, ziehe ich das Ganze höher, sodass wir ein bisschen mehr Himmel drauf haben und die Steine nicht mehr so dominant sind. Obwohl sie bei 12mm immer noch dominant sind, natürlich keine Frage. Weil durch den Weitwinkeleffekt das Ganze von vorn wunderbar verzerrt wird und einfach größer und wuchtiger aussieht. Aber so haben wir zumindest erstmal die Vorschau, dass wir den Frillensee drauf haben und der Frillensee im Fokus des Bildes steht. So, jetzt können wir ein bisschen noch die Lichter runterziehen, so ein kleines bisschen. Ich mag das, dass das hier links etwas überbelichtet ist, weil da kam auch die Sonne durch und ich mag dieses gleisende Sonnenlicht von der Seite, weil es den Fotos einfach einen bestimmten Touch gibt und ich mag diesen Look, ihr kennt das ja von mir. So, jetzt schauen wir mal links und zwar habe ich hier mal ein Preset erstellt, das nennt sich Eibsee Summer, wo steht es hier? Eibsee Summer Blue. So, das nehmen wir jetzt. Das ist recht hell, kein Problem. Das ziehen wir wieder zurück. Und was wir zum einen haben, das sind blaue Schatten und einen gelb-orange Ton, der in das sehr orange gezogen wird, sagen wir es mal so. Also sieht es sehr herbstlich aus und nicht mehr nach dem Foto, was wir vorher hatten. Ich schalte nochmal um. Zum Vergleich, links das Ausgangsbild, rechts das Foto ein bisschen. Ein Micro Adjustment und ein Preset draufgelegt, was ich gerne draufhaben wollte. Und jetzt gehen wir sozusagen in die Farbabstimmung, um das Ganze noch besser zu machen. Zum einen nehme ich mir den Weißabgleich her und ziehe das erstmal etwas wärmer. So, okay, das gefällt mir schon besser. Hier möchte ich auf jeden Fall die Tonkurve nicht in diesem Faded Ton haben, sondern ich möchte das glatt nach unten haben, sodass wir hier auch gute Kontraste drin haben. Und wir nehmen auch, ja, sehr gern die Tiefen noch etwas weiter raus. Die Sony kann das. Die hat einen guten Sensor, die A7R5, und da kann ich durchaus die Tiefen sehr weit hochziehen. So, und jetzt stellt ihr fest, dass zum einen wir einen sehr blauen Ton haben in den Schatten und generell im Rest des Bildes. Und wir haben hier die Grüntöne, wie ihr seht von links, nicht mehr grün, sondern orange. Wenn das jetzt dein Look ist und dein Geschmack getroffen hat, dann kannst du das so lassen. Ich möchte das nicht so lassen. Ich möchte das Ganze anpassen. Und dann gehen wir hier in diesen gelben Farbkanal, hier und die HSL-Farbe. Und dort kannst du dann, wenn du den oberen Regler in die Mitte schiebst, wieder das Grün zurückgewinnen, je nachdem, wie viel du möchtest und bis wohin du magst. Und das möchte ich ungefähr so haben. Dann kannst du noch einmal die Intensität der Farbe hier einstellen. Und du kannst auch nochmal zusätzlich die Luminanz, also die Helligkeit einstellen. Und ich mag das schon, dass das ein bisschen rauspoppt, weil die Sonne auch draufgeschieden ist. So. Dann gehe ich in den Orangeton hinein. Der Orangekanal, der macht jetzt nicht so viel aus, außer vielleicht in den Bergen. Ihr seht das. Und hier unten in den Felsen, hier unten, hier. Ja. Okay, das lassen wir so, wie das ist. Und wir müssen natürlich weiterschauen, was mit den Schatten gemacht werden kann. Darunter gibt es hier diese Rubrik, wo du die Tiefen, also die Schatten, die mittleren und die Lichtkanäle nochmal steuern kannst und dementsprechend mit einer Farbe belegen kannst. Und hier zeige ich dir nur zum Vergleich, wie es aussieht, wenn das quasi nicht eingestellt wurde. Sieht besser aus, aber gefällt mir auch nicht. Ich mag schon ein bisschen Blau drin haben im Schatten. Deshalb klicken wir direkt auf den Schatten und wir nehmen, ja, so die Hälfte. Ja. Drei. Drei ist okay. Vier. Komm, da sind vier. Okay. Und wir schauen nochmal im Weißabgleich, was wir tun können. Und da geht natürlich noch ein bisschen was, wenn wir das Ganze noch wärmer machen. Und ihr seht, wir bekommen, wir haben immer noch das Blau drin im Schatten, das ist nicht weg. Aber wir haben auch einen etwas wärmeren Farbton generell im Bild. Und das gefällt mir für ein Sommerbild oder Herbstbild, angehendes Herbstbild, recht gut. Und das möchte ich so lassen. Okay. Soweit so gut. Da haben wir quasi gar nicht so viel gemacht. Außer eben natürlich das Schärfen, was noch rein muss. Ich nehme gern um, ja, 87, 86 Schärfe. Den Radius nehmen wir ungefähr auf 1,4. Und ich habe gern die Übersicht über das Maskieren, inwieweit ich hier geschärft habe. Ja, es wurde mit Weitwinkel fotografiert, mit 12 Millimetern Blende 4. Da ist die Welt im Fokus. Aber ich gehe trotzdem gern auf Nummer sicher und lasse mir die Übersicht anzeigen, wo im Foto scharf gestellt wurde. Wenn ich mit Blende 2.8 fotografiert hätte, was das Objektiv auch kann und ich hätte im Vordergrund sozusagen meinen Fokus gesetzt, dann wäre es wahrscheinlich Gefahr gelaufen, dass der Hintergrund des Bildes unscharf ist. Und das möchte ich nicht oder so ein Ticken unscharf ist. Ich wollte schon, dass alles im Fokus ist. Und das ist mir bis auf den vordersten Stein gelungen, würde ich sagen. Und das ist für mich okay. So, dann schauen wir hier runter. Objektivkorrektur, die aktivieren wir natürlich auch. Da tut sich einiges. Ich zeige das nochmal hier. Ja, okay, da geht was. Schlimmer sieht es aus, wenn du das 24105 von Sony nimmst. Da musst du die Objektivkorrektur fast immer reinnehmen, weil die Vignettierung so stark ist, dass es schon heftig aussieht. Okay, wir gehen wieder hoch. Denn wir sind noch nicht ganz fertig. Ich möchte auf jeden Fall in den Lichtern noch etwas machen. Etwas dunkler wieder ziehen. So ein Ticken nur. Ja, okay. Und ich möchte mir noch eine Vignette draufsetzen. Eine bewusste Vignette. Das machen wir jetzt. Über den Radialfilter. Ich wähle aus Preset zurücksetzen, umkehren und wir gehen mit den Tiefen etwas runter. Ja, das gefällt mir gut. Das würde ich direkt so lassen. Gehen wir raus. Und ich möchte den Frillensee noch etwas mehr rausholen, indem ich den Pinsel auswähle, die Lichter und das Weiß etwas hochziehe und vor allen Dingen die Tiefen. Und dann vorsichtig hier reinmale und ihr seht, ja, ich kann mir wunderbar hier die Spiegelung rausholen. Ich kann hier alles sehr gut in Szene setzen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Deshalb nehmen wir das wieder etwas zurück. Aber ich würde sagen, so sieht das recht gut aus. Und was wir auch noch machen, ist noch einen Pinsel setzen, zurücksetzen und nur das Weiß nach oben ziehen und die Lichter etwas, sodass wir die Felsen hier vorn noch ein bisschen aufhellen. So ein klein bisschen, so ein Touch of Light hier vorn dran und dann passt das für mich recht gut. So, wir haben die Felsen, die Steine. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Hier hinten der Wald, da können wir auch noch ein bisschen reingehen. So ein bisschen Helligkeit draufsetzen. Und dann ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Foto. Gefällt mir richtig gut. Natürlich kannst du den Himmel jetzt auch noch anpassen, indem du hier oben auf den Himmel klickst mit dem Plus Himmel auswählen. Du könntest jetzt sozusagen den Himmel auch noch etwas wärmer einfärben, wenn du möchtest, dass es mehr nach der Sonne aussieht. So ein Ticken geht dann auch. Oder wenn du kein Freund von Blau im Himmel bist, solche Fotografinnen und Fotografen soll es ergeben, dann kannst du das tun. Ich würde das sogar hier so ein bisschen machen auf 8. Ja, okay. So, und wenn du das Ganze jetzt kompletieren möchtest, und das tun wir jetzt, dann würde ich sagen, nochmal den Pinsel setzen, etwas die Tiefen hochnehmen, etwas Wärme. Und dann setzen wir hier einfach nur so einen Lichtpunkt. That's it. Und natürlich kann man mehr machen. Man kann das Ganze hiervon völlig aufhellen und wie ein HDR fast schon bearbeiten. Aber das ist jetzt nicht der Look, den ich möchte. So gefällt mir das recht gut, das Bild, weil das Ganze immer noch eine sehr gute Dynamik hat. Du hast sehr helle und sehr dunkle Bereiche. Und trotzdem lässt dich alles sehr gut erkennen. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie du das Bild zuschneidest. Dementsprechend hast du die Bildsprache mit dem Foto. Also was möchtest du damit sagen? Welche Überschrift oder welcher Untertitel wäre im Bild platziert? Wenn du es beschriften müsstest. Daran solltest du immer denken. Und daran denke ich vor allen Dingen, wenn ich am EIPC fotografieren bin. Und so bearbeite ich meine EIPC Fotos. Das ist so im Großen und Ganzen der Look. Und wenn dir mein Preset gefallen hat, es gibt eine Auswahl von Presets auf meiner Webseite. Auf www.pickpond.de. Da darfst du gerne mal vorbeischauen, wenn du Interesse hast. Ich hoffe, das Video war nützlich. Und ich hoffe, ich konnte die Frage von euch gut aufgreifen zum Thema Bildbearbeitung der EIPC Bilder. Beziehungsweise wie ich meine Fotos dort vor Ort aufnehme. Und worauf du achten solltest. Also nicht vergessen, zu weitwinklig ist in der Regel dann einfach zu weit. Man muss dann schauen, was im Fokus des Bildes sozusagen ist. Was du mit dem Foto aussagen möchtest. Welche Titelunterschrift du drüber oder drunter legen würdest. Dementsprechend musst du auch den Zuschnitt des Bildes beachten. Und bei der Bildbearbeitung lohnt es sich darauf zu achten, ob die Farben tatsächlich so vorkommen vor Ort. Beziehungsweise ob es einfach zu künstlich aussieht, wenn du möchtest, dass die Fotos eher realistisch aussehen. Und nicht zu abgespaced oder zu dreamy abgehen. Demzufolge musst du einfach ein bisschen darauf schauen. Ich hoffe, mein Tutorial hat dir geholfen, in diesem Gebiet weiterzukommen. Und wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hier. Abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.